Da zählt gerade der Paladin alleine, dass Goblin lag, ne? Das ist auch gut. Ja, die den Creature-Danzer legen. Ja, und ich hab schon wieder einen. Verloren. Ich weiß nicht, soll ich den Agrella-Tempel jetzt bauen, oder soll ich auf den Mausoleum mal sparen? Die Tower haben jetzt gar keine Chance mehr gegen meine Paladine, das ist übel. Ja, die haben jetzt so gute Rüstung, die werden fast nicht getroffen. Vor allem die Hör-Leveligeren, wie sie jetzt hier. Sie hat sogar Brosse-Rüstung und Silberwaffe. Longsport und Fullplate-Armor hat sie. Ja, die Spucker hier, die können nur ein bisschen nervig werden. Ich baue jetzt einen Agrella-Tempel. Hier hin. Und dann wird's Zeit, dass ich die Spiedewahl ausbaue. Ausbaue. Ja. Ortaut ist jetzt sowieso kein Problem für Paladine. Es gibt da gemeinlich viele Probleme für Paladine, außer Vampire, Drachen und vielleicht nur auch Golems. Energies of Light! Stats-Kollektor. Hm. In the name of the sovereign! Ja, ich brauche zwölf Helden. In the name of the sovereign! Ich serve mit Leisuer. Energies of Light! So, heiler. Soverein! Ein Geburt hat sich aufgebaut. Und ja, wir werden schon mal das eine Komplinenlager los hier oben, weil das von zwei Paladinen geschliffen wird bis zum Gehtnichtmehr. Ja, das höre ich gerne. Die Zwergengelde kommen nämlich dann hier hin. Die deckt dann diese Flanke ab. Oder lieber hier direkt neben die Schmiede, um den Zwer abzudecken. Mehr Gold, your Majesty. Hey, da kaufen Leute Healing Potions. Sehr schön. Das ist der Zwergengelde. Ja, und Paladine sind wirklich sehr gut darin, ihre Waffen abzubraden. Das ist doch ein Vorteil davon. Da hat unsere Schmiede nämlich mehr zu tun. Sehr gut. Dieses Problem ist uns bekannt. Also, ich gehe gerade mit dem Schmiede und der Zwergengelde. Mehr Gold, your Majesty. Ihr Majesty, ein neues Gebäude ist los. Ich arbeite mit Gleisem. Mehr Gold, your Majesty. Ich erforsche mal hier die Schmiede zu Ende. Also die Sachen in der Schmiede. Wie gesagt, wir haben Paladine. Fullplate und Longsword haben die, wenn sie so abgegradet sind. Was ist mit... Feinsteelarmor. Hm. Was, 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 was? Wo hat Evil gewonnen? Oh, wir haben Evil Oculus befreit. Das ist nicht so schön. Äh. Jetzt muss ich den Paladin ersetzen. Das ist ärgerlich. Er ist welche oder er ist Zwerge? Eigentlich eher erst, ähm, Palast upgraden. Halt! Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Das wird meine Zwerge, äh, der Untergang meiner Zwergengilde sein. Gut. Na gut, nicht so schlimm. Grazi, Doros! Die Unholy sind hier. Grazi, Doros! Die Unholy sind hier. Wir haben nämlich jetzt schon wieder genug Gold, um sie zu ersetzen. Ja, das auch taucht vor den Umtoten. Da war nicht so toll. Wo ist das Oculus? Da ist das Oculus. Hm. So, die Untoten sind wir schon mal wieder los geworden. Ja, dachte ich mir, dass uns hier eine Forschung fehlt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt als nächstes ein Magic Passar habe. Kann ich dann hier drüben bei den Gilden oder will ich den Palast upgraden? Ich glaube, ich hätte lieber erst mal den Magic Passar. Oh, your majesty! A new building is complete! Oh, tough fight. In the name of Star Wars! My Wachen sind manchmal die größeren Hände als meine Helden. Okay, das Ding kann schießen. Äh, ne, 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 ne. Ihr zieht euch erst mal zurück. Das ist besser, wenn sich das Castle erstmal wieder verkrümelt. So, Magic Passar ist das nächste, worauf wir gerade sparen. Wobei, erstmal den Teleportation Ring, dann ist unser Marktplatz auch fertig. So, wir haben das Geld, das muss jetzt so hoch abgeholt werden. Hm, läuft alles soweit ganz gut. Das Evil Oculus ist noch da unten. Meine Ranger gehen alle gemeinsam auf die Jagd. Oh, wir haben jetzt Geld. Also, was heißt, wir haben Geld? Wir haben genug Geld, um den Magic Passar zu bauen. Und ganz ehrlich, ein Mausoleum müsste jetzt auch drin sein, dann demnächst. Auch hier drüben. Und das Ganze werden wir dann noch mit einem Garthaus flankieren, sobald wir das Geld für das Garthaus haben. Also, sobald ein Tax-Collector das Geld hier eintreibt. So, erstmal Firebomb erforschen, weil das war richtig nice. Das meine... Die Leute, die hier was feuern konnten. Ja, ein Garthaus ist im Augenblick günstiger als ein Ballisterturm. Und durch die zusätzliche Wache ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die wir dann kriegen. Gut, wir müssen in das Garthaus noch investieren, aber... Das macht ja nicht so viel aus. Oh, ist das hier viel Oculus weg? Oder ist es weggegangen? Weil langsam wird ja alles hier aufgedeckt. So, Tonic of Speed erforschen wir. Und bilden noch mehr Zwerge aus. Ja, wir haben Visitor. Vielleicht mal Pfeile hier erforschen im Garthaus. Wie sie alle ins Garthaus streben. Wow, das klingt sehr aufmunternd. Okay, wenn wir eine Ice Cave zerstören, kommt ein dicker fetter Yeti raus. Und wir gleich mal Rache an uns üben. Das ist auch nicht schön. Okay, der Yeti ist ein bisschen unentschlossen zum Glück. Aber, ich wollte gerade sagen, selbst die stecken unsere Paladine weg wie nichts. Oh, das Ding ist wieder aufgetaucht und es kommen allerhand böse Sachen raus. Oh, Magic Bazaar Upgraden. Wachtturm ausbauen. Aber das ist wieder so ein Angriffstrupp. Ja gut, der Yeti da, der will nicht so wirklich. Der Yeti zieht sich zum Glück zurück. Ja, und ich muss mal dringend meine Tempel upgraden. Ich hoffe, die reißen jetzt nicht bei einem Agrenner Tempel ein. Das könnt ihr nämlich gerade noch gebrauchen. Nein, sie schaffen es nicht, weil wir haben genug Leute, die da helfen sollten. Hat sie all ihre Elixiere verbraucht? Ja, hat sie also, helf ich mal nach. Agriela Smiles. Agriela Smiles.